Herzlich willkommen bei Männerküche.com, eurem Grillshop in Ettlingen. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Grill vorstellen, den ich gerade aufgebaut habe. Und zwar ist das das gute Stück hier. Das ist kein Tisch oder Schrank oder sonst was. Nein, es ist tatsächlich ein Holzkohlegrill. Und zwar ist das der Everdure Hub 2. So sieht aus, wenn er aufgebaut ist. Ein bisschen unscheinbar. Was ihr für den Grill aber braucht, ist ein Stromanschluss. Warum, das zeige ich euch später. Ansonsten kann ich euch mal zeigen, wie das ausschaut. Diesen Deckel hier können wir abheben und hier hinten einhängen. Dienen gleichzeitig als Windschutz. Ja, der Grill hat keinen Deckel, wenn man grillen möchte. Sondern man hat einfach nur eine riesengroße Grillfläche mit diesen Grillrosten. Die sind zweigeteilt. Einmal hier, einmal hier. Warum wir den Stromanschluss brauchen, zeige ich euch erst einmal hier drin, wie das Ganze aufgebaut, eingebaut wird, damit er einsatzbereit ist. So, dann bauen wir ihn mal zusammen auf. Das ist, wie gesagt, die Abdeckung. Die nehmen wir herunter. Dann sind hier zwei so kleine Haken. Hat einfach den Sinn, damit ich das Blech hier hinten einfach einhaken kann. Als Spritz- und Windschutz, wenn ich grille. So schaut er dann innen drin aus. Das hier ist meine Heizspirale. Damit bringe ich nachher die Kohlen zum Glühen. Vorher setze ich erstmal dieses Blech hier unten ein. Dafür kann ich die Heizspirale einfach so ein bisschen hochdrehen. Dieses Schutzblech kommt hier unten rein. Dann sind diese zwei Bleche hier mitgeliefert. Das ist einfach so ein Kreuz. Das kommt auch hier unten rein. Dann träge ich die Heizspirale wieder runter. So sieht es dann aus. Dann geht es weiter mit dieser emaillierten Wanne. Die kommt hier hinein. Und die nehme ich dann nachher auch wieder heraus, wenn ich den Grill mal sauber machen möchte. Das Gute ist, die Asche ist dann hier drin. Ich kann diese ganze Wanne einfach hinausheben zum Reinigen. Übrigens diese Teile, die man hier sieht, das ist einfach die Auflagefläche für den Rost, der später hineinkommt. Vorher, bevor der Rost kommt, kommt diese Pfanne, also Kohlepfanne, Kohlewanne, wie man das auch nennen möchte. Hier kommt nachher meine Holzkohle hinein oder drauf. Dann wird sie per Knopfdruck entzündet und die kann ich dann verteilen. So ist es fertig aufgebaut. Es fehlen noch die Grillroste. Das sind zwei Stück. Das sind geteilte Roste. Hier Nummer eins. Finde ich auch super mit dem Griff hier. Und Grillrost Nummer zwei. So sieht er dann fertig aufgebaut aus. Hier unten haben wir dann noch Stauraum hinter den Türen. Das sind doppelwandige Türen. Habe ich einmal zwei Böden. Einmal hier unten, einmal hier oben. Den hier kann ich auch hinausziehen. Das geht hier auf Schienen entlang. Das ist nicht einfach irgendwie in der Führung reingeschoben, sondern hier in diesen Schienen. Läuft schön gerade, wackelt nicht. Ist stabil. Ist schon hochwertig gemacht, muss ich sagen. Diesen Boden kann ich bis 15 Kilo belasten. Das Gute daran ist, hier drin könnte ich auch Teller warm halten, während ich grille, weil der Grill eben hier auch ein wenig Wärme abstrahlt. Das heißt, hier kann ich mir meine Teller draufstellen, reinschieben, Schrank zu. Wenn das Grill gut fertig ist, kann ich direkt auf warmen Teller servieren. Ist eine angenehme Geschichte. Hat auch nicht jeder. Finde ich ganz gut. Und ansonsten eben Stauraum für Grillzange, Grillbürste und was so alles anfällt. Hier ist das Bedienfeld. Quasi meine Regelung, wenn ich so möchte. Zum einen dieser Knopf hier ist zum Entzünden der Kohle. Diese beiden Knöpfe hier ist für den Drehspieß. Ihr werdet euch jetzt fragen, wo soll hier ein Drehspieß hin? Das zeige ich euch mal. Und zwar drücke ich hier auf diesen Knopf. Ich gehe mal auf die andere Seite, dann seht man das besser. Einmal hier drauf und dann fahren diese Stützen hier heraus. Die sind auch stufenlos einstellbar. Das heißt, ich kann sie in jeder beliebigen Stellung einfach stehen lassen. Gehen wir mal auf maximale Höhe, damit wir sehen, wie das ist. Das wäre hier so erreicht, die maximale Höhe. Kann ich dann auch wieder runterfahren, wie ich gerne möchte. Jetzt muss ja hier noch ein Spieß hinein. Der Spieß ist hier seitlich in diesem Stauraum hier verpackt, untergebracht. Finde ich auch ganz gut. Da wird die ganze Länge vom Grill genutzt, damit der Spieß hier hinein kann. Holen wir den mal hinaus. So, ziemlich lang und massiv. Relativ dick. Hat den Vorteil, man kann ihn tatsächlich bis 30 Kilo, ich habe auch schon gelesen bis 40 Kilo. In der Anleitung steht meine ich bis 30 Kilo ist der belastbar. Das heißt, hier kann ich tatsächlich ein kleines Spanferkel drauf grillen. Kann mir hier vier Hähnchen drauf packen. Geht alles wunderbar. Wie gesagt, ist ziemlich massiv, dadurch auch ziemlich stark belastbar. Das ist der Spieß. Der gehört zum Lieferumfang dazu. Zum Lieferumfang gehören auch Spießgabeln. Das sind die hier. Sind auch hier untergebracht. Sind insgesamt vier Stück. Ich hole jetzt mal nur zwei hinaus. Ich weiß nicht, ob man das im Video gut erkennen kann. Das ist Vollmaterial. Das ist kein verchromtes, dünnes Stahlblech oder was. Das ist ziemlich massiv. Wie gesagt, aus dem vollen. Gefällt mir richtig gut. Ich kenne Spießgabeln von anderen Herstellern. Die sind alle ziemlich gleich, ziemlich ähnlich. Das ist schon eine andere Hausnummer, muss man sagen. Also die von Everdure sind wirklich massives Material. Das kann ich auch nicht verbiegen. Also ist echt stabil und hochwertig gemacht. Was mir auch ganz gut gefällt. Hier sind keine klassischen Schraubverschlüsse, sondern diese Klemmen hier. Das heißt, spießen wir gerade einmal auf. Die kommen hier drauf und dann kann ich das einfach mit diesem Klickverschluss festmachen und es ist fest. Den hier genauso. So. Und dann verschließen. Zack. Also ist echt praktisch. Besser als so ein Gewindeverschluss, finde ich. Sieht besser aus. Ist praktisch und hebt wirklich pumpenfest. Jetzt muss der Spießjahr irgendwo hin. Dafür heben wir hier diesen kleinen Deckel hoch. Da kann nämlich der Spieß hinein. Und hier seitlich kommt er hier rein. Hier ist er in dieser Führung drin. Klappe wieder runter. Hat den Vorteil, ähm, der Spieß ist jetzt hier sicher drin. Ich kann ihn hier nicht rausziehen. Der ist fest drinnen. Ähm, ich brauche auch nichts weiter verschließen oder sonst was. Einfach Spieß einlegen und das war's. Wenn ich jetzt möchte, dass der Spieß sich dreht. Ich gehe gerade mal wieder rüber. Dann sieht man das besser. Habe ich hier den kleinen Knopf. Da drücke ich drauf. Und dann setze ich das Ganze auch in Bewegung. Ich kann jetzt auch während dem Betrieb einfach hoch und runter fahren, wie ich gerne möchte. Je nachdem, was hier drauf ist, wie die Hitze sein soll und so weiter. Hier hinten habe ich meinen kleinen Spritz und Windschutz. Und so kann ich dann hier eben ein kleines Spanferkel machen. Oder wenn ich wirklich, ähm, drei, vier Hähnchen gleichzeitig machen möchte, wenn Besuch kommt. Dafür brauche ich übrigens auch diesen Stromanschluss, den ich erwähnt habe. Äh, ganz normaler, äh, 230 Volt Schuko-Stecker. Also eine ganz normale Steckdose. Brauche ich einmal für die Zündung. Einmal für den Drehspieß, damit der sich dreht. Und damit ich eben diese Stelzen hoch und runter fahren kann. Ich mache das Ganze mal wieder aus. Einfach wieder hier drauf drücken. Und das war's. Der Grill an sich hat zwei Lenkrollen. Ich denke aber, wer sich den kauft, wird ihn auch so oft nicht verschieben. Auf der anderen Seite müsste man ihn anheben, um ihn zu verschieben. Ähnlich, ich sage jetzt mal übertrieben, wie in der Schubkarre. Aber so oft wird das wahrscheinlich nicht vorkommen, wenn sich den jemand zulegt. Der ist wirklich dafür gedacht, wenn ich viel Grillfläche brauche zum direkten Grillen. Ich könnte natürlich auch hier die Kohle anordnen und hier drüben etwas grillen, habe aber keine Oberhitze. Die Hitze wird mir nicht zirkulieren wie bei einem Grill, der einen Deckel hat, wo dann die Hitze Richtung Deckel strömt. Und dann natürlich wieder runter wie in einem Backofen, sage ich jetzt mal. Diesen Effekt habe ich hier nicht. Hier kann ich wirklich direkt grillen. Oder aber, wenn ich was auf dem Spieß machen möchte. Vor allem der Spieß, die Spießgabeln gefallen mir super gut. Auch das mit der elektronischen Zündung. Es ist so ein bisschen Designobjekt, aber wirklich sehr funktional und durchdacht und sehr hochwertig. Also hier hat man nicht Material genommen oder einen Spieß aus dem Zubehör, einen Spießgabel aus dem Zubehör. Ich kenne das hier so nur von Everdour, auch diese Gabel und die Spieße. Wie gesagt sehr massiv, ich kann ja rumdrücken, wie ich will. Da verbiegt sich nichts, wie gesagt bis 30 Kilo, gar kein Problem. Ich habe hier eine Grillfläche von 77 cm in der Breite und 41 cm in der Tiefe. Das Gerät ist wirklich dafür gedacht, wenn ich viel Grillfläche brauche, um direkt zu grillen und wenn ich wirklich was auf einem Spieß machen möchte, wo ich wirklich größere Gästeanzahl abfertigen möchte. Zum Reinigen ist das super einfach, kann ich auch noch kurz zeigen. Dafür entnehmen wir einfach die beiden Grillroste. Die haben übrigens auch ordentlich Gewicht, das ist jetzt nicht hier, ich sage jetzt mal das dünnste Material. Im Video wird man das wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Das ist schon massiv, hat wie gesagt gut Gewicht. Das lege ich gerade mal hier zur Seite. Das machen wir mit allen beiden. Auch hier mit den Griffen finde ich ganz praktisch gelöst. Ich muss hier nicht auf den dreckigen Rost oder an den dreckigen Rost langen, sondern habe hier diesen Griff, der mir hier immer vom Grill her ausschaut. Der bleibt dann auch sauber, kann ich dann hier hinaus nehmen, so, dann, ja ich nehme jetzt mal die ganzen Einzelteile raus, da ist wie gesagt diese Kohlepfanne, wo ich die Holzkohle draufstapel zum Entzünden und dann kann ich, lege ich einmal zur Seite, dann kann ich diese ganze emaillierte Wanne einfach herausnehmen und das war es im Großen und Großen. Die Asche ist hier drin, die entsorge ich, das hier ist im Prinzip das gleiche Material wie ein Backblech, kann ich einfach spülen, kann es auch mit dem Gartenschlauch abspritzen, ganz normal spüle ich in Wasser, das sauber machen, wieder einsetzen und das war es. Also zum Reinigen super praktisch, sehr sehr einfach gelöst, aber funktional. Ich habe ja keinen Aschetopf, den ich entnehme, wo ich dann nochmal einen Kessel innen drin habe, also den Grill an sich, den ich dann vielleicht sauber machen muss, ich habe einfach nur diese Wanne und das war es. Mir gefällt er richtig gut, wie gesagt ist nicht nur Design, ist auch funktional, ist durchdacht. Ich finde es gut, dass er wirklich aufgeräumt ist, wenn ich nicht benutze, ich kann den Spieß mit den Gabeln hier seitlich verstauen, dann sind die schon mal weg. Meine Grillzange, Grillbürste und so weiter kann ich hier unten reinpacken, die Stelzen fahre ich ein, die Platte kommt hier wieder drauf, dann habe ich einfach eine ebene Fläche. Sieht dann eigentlich aus wie ein Tisch oder wie ein Schrank, dadurch, dass es so ein bisschen auch Designobjekt, sage ich jetzt mal, übertrieben ist, passt es vielleicht optisch auch besser auf eine Terrasse, wie so ein normaler, gewöhnlicher Kugelgrill. Was EwaDur auch noch hat, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, was ich euch aber zeigen will, ist der Drehspießkorb, den hole ich mal eben. Das ist das gute Stück hier, und zwar, ich könnte jetzt hier die Spießgabeln auf diese Seite hier packen, hier mein Hähnchen drin machen, den Drehspießkorb packe ich auf diese Seite, mache mein Gemüse, Kartoffeln und so weiter, meine Beilagen da drin. Hier unten habe ich dann immer noch meine große Grillfläche, also ich bin auch mit diesem Gerät flexibel, kann mehrere Sachen gleichzeitig machen, auch wenn er keinen Deckel hat. Falls ihr noch Fragen habt zu dem Grill, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, wie immer, ich werde versuchen diese zu beantworten, ansonsten den Link zu dem Grill und zu den anderen EwaDur Kohlegrills findet ihr auch unten in der Beschreibung. Dann sage ich danke für das Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.